Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARC Scorched Earth und jetzt kommt ein Raptor. Na klasse doch. Ich hoffe dass es nicht so ein Hose Level ist. Ist ja natürlich wieder richtig gut gepasst. Oh gut die zwei haben den schon platt gemacht. Einmal frei. Also wie ihr sehen könnt es läuft langsam. Ich habe jetzt schon mal zwei solche Viechter getamt. Was ist das jetzt schon bitte doch. Ja jetzt kommen noch Drohnen. Oh willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Und das soll ein Easy-Bereich sein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Es ist doch echt für den Hintern. Ich glaube jetzt mal ne Murmel. Was machst du? Ne Murmel klatschen. Na klatschen ne Murmel. Oh Tierhaut sammeln. Sammle schon mal Chitin. So dann lass dich von der Murmel aber nicht platt machen. Ach Quatsch dafür ist das viel viel zu langsam. Gucken wir jetzt mal das ich mir den Raptor holen kann hier. Weil die Tierhaut hätte ich schon gerne noch und das Fleisch. Ich hoffe mal dass ich dann nicht überladen bin. So wie gesagt wie ihr seht es läuft langsam bei uns. Wir haben uns jetzt entschieden erstmal doch dann lieber woanders anzufangen als wie in diesem harten teil des gebiets und dann aber wir ziehen dann später in den harten teil um. Also wir ziehen dann später da runter wo wir eigentlich hin wollten ja genau wollte ich auch grad sagen. So da wollen wir doch mal gucken. Du bist level 17 und du bist level 15. Okay dafür habt ihr schon ziemlich gut pariert muss ich mal sagen. Ach deswegen hat der Raptor mich angegriffen weil die Murmel sich zurückgezogen hat. Der Wolf dort wär auch nicht schlecht aber ich seh's level leider noch nicht. Gut also machen wir uns jetzt erstmal schnell auf den Weg zu Nalli. Und dann werden wir erstmal weiter sehen. Boah da ist noch eine Drohne alter echt jetzt. Wo kommt denn die jetzt auf einmal her? Mist Vieh. Komm schon Murmel verrecke. Ist das Vieh jetzt platt? Ja Vieh ist platt. Gut dann nehmen wir das Vietin auch gleich noch mit. Achso ihr müsstet mich mal ein bisschen in unseren neuen Tankern auskotzen. Mach Gas. Gut das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Die Kanola ist schon mal weg. Fliegt das mal das ganze Zeug durch die Gegend. Das fliegt raus. Okay. Gut. Also leben sind sie eigentlich alle Bete schon ganz gut bedient muss ich mal sagen. Also er oder sie. Ist das er oder sie? Keine Ahnung. Ich seh's grad nicht. Geben wir ihr gleich mal ein bisschen Leben oder ihm. So du hast nicht viel. Nimmst du schon mal den Sand. Und das Zeug. Also ich hab noch keine Ahnung wozu man das Harz braucht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das weiß ich noch nicht. Die habe ich ehrlich gesagt auch nicht. So das Gute ist sie ist schon mit Wasser gefüllt. Kann man da ruhig mal was trinken. So jetzt machen wir uns aber echt erstmal auf dem Weg zu Nalli. Mist mit vielen Fassern. Verdammt. Ich kann dir welche mitbringen. Ich hab eh welche einstecken. Nö. Ach da hin? Also viele brauche ich ja nicht. Hast du jetzt mit Absicht da hinten schon eine Foundation gesetzt oder? Ja damit ich den Dings... Da vorne liegt übrigens die Murmel nicht runter. Die sehe ich schon ja. Die willst du klatschen oder was? Weil nicht. Kaputt machen oder tame? Kaputt machen. Willst du jetzt hier hinten bauen oder vorne an der Wasserstelle wieder? An der Wasserstelle wenn dann. Also hast du die Foundation nur gesetzt damit du deinen Mörser hinpacken konntest? Ja. Okay. Ich wollte grad sagen da unten ist eine Schlange aber es war dann doch bloß Gott sei Dank Gast. So ihr zwei bleibt hier stehen. Ihr werdet aber... Ich hab die zwei mal jetzt auf neutral gepfiffen worden. Dass sie sich dann verteidigen. So... Dann würde ich sagen... Wollen wir mit Stroh anfangen und dann mit Lehm ausbauen? Nee ich wollte mit Lehm schon bauen. Ach du wolltest gleich mit... Ich will ja auch mal bauen. Du wolltest bauen. Okay. Dann baust du. Genau bevor du wieder rumlingelst. Nee Quatsch. Wollen ten! Äh ja? Was ist denn los Honigkeks? Mach dich gleich zum Honigkeks. Sag mal Murmel! So ich hab jetzt erst mal ein paar Bären geschnabbelt. Aber ich könnte ja wenn das schon mal ein Lagerfeuer errichten. Was fehlt mir dazu jetzt? Flint. Na ja klar. So da die Stähne ja eh alle weg müssen hier. Wenn wir das jetzt schon mal angehen. So was mach ich dann aber wenn du baust? Hm. Hm. Sammeln. Toll. Also brauch ich gar nicht aufnehmen weil dann tue ich bloß sammeln. So ein Quatsch man. Wieso geht denn der Stein dich kaputt alter? Was sind denn hier für Raids drin? Ist ja Wahnsinn. Ich bin voll. Alter ich kann nicht mehr machen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach genau ein Feuer. Ein Feuer. Oh ich mach gleich zwei. Geht schneller. So. De Feuers. De Feuers packen wir mal. So provisatorisch. Zack. Und zack. Ja bloß du möchtest dich aber vielleicht ein bisschen beeilen mit bauen weil wenn der nächste Sandsturm kommt möchten wir irgendwo Unterschlupf haben. Zwecks. Ja ein Zelt kannst du ja bauen. Zwecks und so. Ach stimmt ja das müsste ich bloß mal lernen ne. Stimmt eigentlich. Mehrere zumindest vom Vorteil. Mal ungewärmt nützt dir das nicht. Hast du es schon gelernt? Weiß ich jetzt nicht. Was brauche ich dafür? Leder Schlafsack. So. Gelernt habe ich es. Und bauen kann ich es natürlich noch nicht weil mir Seide fehlen. Zehn Stück. Aber das ist nicht so schlimm. Die Würste ja wohin. Ne ne die habe ich schon im Molli Dingsbums. Also im Wüstentanker. Habe ich schon ein bisschen was drin. So ich habe jetzt hier mal zwei Feuer angeschmissen. Damit da nur Fleisch da ist. Die Murmüll langsam auf. Warum? Das ist ne kleine Level 8 Murmüll. Glaubst du ich krieg die tot? Das kannst du vergessen. Weil sie sich in ihr Panzer zurück gezogen hat? Weil das ein doofes Vieh ist. Du wirst aber schon dass ich mit den Viechern nicht anfangen kann oder? Was jetzt? Wie jetzt? Was denn für ne Viecher? Ja mit den Wüstentankern. Was willst du denn damit anfangen? Ich kann die nicht benutzen. Nicht reiten. Gar nichts. Achso. Stimmt. Da hast du schon ne Tribe? Ne he? Ne noch nicht mache ich aber gleich. Ich muss erstmal klotzen wo ich die Murmüll abgelegt habe. Dass die um die Ecke schießt und mich angreift. Na warum die liegt doch da unten. Da unten liegt sie doch. Och jetzt fehlt mir ein Holz. Echt jetzt? Oh man. Für was denn? Um meinen Bogen ganz zu machen. Um meinen Bogen ganz zu machen. Alter. Die armen Murmel. Haben wir schon wieder mega Hitze? Ja haben wir. Also mega Hitze nicht aber. Hitze. Hitze halt. Alter wie viel hält denn das Vieh aus? weißt du jetzt wovor ich rede ich glaube jetzt ist sie tot ja jetzt ist sie tot ich sammle mal schnell noch ein paar pfeiler ein soll ich dir helfen dann nicht so gut dann könnte ich aber schon mal du hast ja was auch hier weil da würde ich sagen dann gehe ich mal mit einer mit ebenso ein teil schon mal eisen holen das mit dem zwei können wir hinterher machen oder ich gebe das oder ich gebe dir das eine frei und du übernimmst es schon mal ich muss mal leveln hast du gehört dann kommen wir kurz her dann gebe ich dir schnell das eine und dann ziehe ich mit dem anderen schon mal los und hol mal ein bisschen eisen oder so kriegst du auch das männchen ist ja nachher egal dann was stand es denn freilassen so ist sattel ist auch schon drauf also viel spaß so jetzt werden wir den aber erstmal jetzt werden wir sie aber erstmal leveln ok dem 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 ich mache jetzt mal ebenen zwei ja und wenn ich wiederkomme dann machen wir das mit dem tribe so war ich jetzt hier richtig alter ist ja echt hitzig oder auch so ich wollte ja eigentlich noch ein zelt bauen jetzt als viel holz und seite willst mich verarschen du hast keine seite wo habe ich denn die seite hingeschmissen ich glaube die seite ist jetzt in deinem viel drin ja ja das ist egal ich habe hier welche bisschen gammelfleisch haben und das ist müll das brauchen wir nicht auch ich weiß jetzt gar nicht wie viel seite das war 21 was wir sind zählt ich habe hier also was in dem quade drin ist ok also irgendwie gehe ich hier gerade richtig krachen muss ich mal sagen und ich verliere sogar leben ja weil es heiß ist vielleicht mache mich jetzt mal nackig mal gucken ob das was bringt aber ich glaube eher nicht wird eher sogar noch schlimmer was könnte gut möglich sein muss ich jetzt mal gucken ob man sich da das war das jetzt aber noch nicht mit den felsspalten oder die felsspalten oder was heißt das komische zeichen da links unten in der ecke hast du das oben neben der flamme das weiße so wisst du was das bedeuten soll ja irgendwas mit überhitzung oder sowas aber ich verliere auch leben also du bist nicht alleine aber dann wäre es ja theoretisch mal günstig sich wenigstens schon mal ins schlafsack zu setzen alter diese käfer ihn kann nicht bauen aber das war's auch schon weil ich verreck hier nämlich auch gleich ja ich weiß jetzt nicht ob das zelt als bornpunkt dient das ist eben das problem was ich gerade habe ne das glaube ich weil ich könnte mir fehlt echt holz ich gehe krachen hier also ich mache mir jetzt ein zelt und ein schlafsack und mein viech das spinnt rum ich glaube es kommt gleich noch ein sturm in einem pecher ja oder dann kommen wir ja schon mal zurück weil das zelt habe ich jetzt schon gebaut in fast tot das ist doch so hast du keine bären frisst doch frisst doch was aus dem aus dem feuer ich habe dort zwei feuer hingestellt an der wasserstelle aber deine feuer ich kann doch deine feuer ich bin natürlich du müsstest du müsstest du müsstest die da aufmachen können du müsstest da noch reingucken können das ist ja scheißegal wen seine feuer das sind also das wäre mir neu dass du die feuer nicht benutzen kannst also mein vieh dreht hier völlig am rad kann aber auch wegen der hitze sind aber die feuer kann ich tatsächlich benutzen siehst du das wäre mir was das wäre mir ganz neu gewesen wenn du die feuer nicht benutzen könnt ich guck mal ob das zelt was bringt gegen die hitze stell das jetzt einfach mal hier hin ja ja also ein bisschen was zumindest jetzt nicht effektiv jetzt mal da rauskommen wegen einladen ach so also ich würde sagen wir hocken dann erstmal ein bisschen im zelt auch so ein bisschen kuscheln komm schon komm schon aber dieses komische weise habe ich immer noch ja aber die flamme ist weg siehst du das nicht die flamme ist weg ja ist ja gut schnüppel der dreht dich ohne grund durch das ist garantiert weil ein sandsturm kommt oder irgend sowas wo hast denn dein vieh geparkt stehen wir doch ziemlich weit weg das steht an der plattform unten und wenn da jetzt ein teil kommt und das platt macht denkt er ist auf neutral ja ist er auch aber dann verteidigt er sich er ist alleine wenn das level höher ist und ich halt ja nicht schlecht gelb aus dem haben sie dann klar noch made boost wenn die nah beieinander stehen habe ich noch so lange zu bock zu schwitzen in der zeit kann ich euch mal level wenn ich jetzt um meine hose an ja ausdauer leben auf jeden fall gewicht auch resistenz zwischen auf 22 und es bringt nix aber es ist echt furchtbar meine sind auf 34 und bringt nix also hitze ist echt scheiße hitze ist echt mal richtig scheiße da kannst du machen was du willst schlafsack rein gesetzt zumindest nicht wenn du drin stehst und ich glaube du hattest echt recht habe ich doch gesagt ich meine mit dem sandsturm das ist ein hitze gewitter das ist ja egal aber wichtig ist dass das vieh das angekündigt hat ja das stimmt wohl also die füchse die sind alarmanlagen die sind aber echt nicht schlecht das ist wie im prinzip wie die kombis oder weil die kommt kommt habe ich keinen plan oder ich würde das muss man meinen schlafsack setzen ja ich habe mir draußen auch schon einen hingelegt ja ich lege meinen ach so den kannst du aber auch wieder aufsammeln war den schlafsack so ist leider für euch ein bisschen ist leider für euch ein bisschen langweilig aber wir müssen das jetzt erstmal aussitzen und dann würde ich aber trotzdem sagen wenn es euch bis hierher gefallen hat wie gesagt zurzeit scheint es ein bisschen bei uns zu laufen und ja ich würde sagen wir sitzen jetzt erstmal schnell die hitze aus hier und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein bisschen feedback da und wenn ihr wollt sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder und bis dahin sage ich schon mal tschau tschau das gleiche kommt von mir bis zur nächsten folge tschau